Der Employer Branding Award ist ein Award, der Unternehmen auszeichnet, die die Arbeitgeberattraktivität und deren Maßnahmen dazu sehr gut darstellen, nach außen, aber auch nach innen. Diese tolle Platzierung haben wir deshalb erhalten, weil wir verschiedene Maßnahmen gesetzt haben. Interne Maßnahmen wie beispielsweise das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer ermöglicht berufstätige Väter und Mütter, während der Arbeitszeit das Kind mitnehmen zu können. Wir haben auch nach außen eine neue Kreativlinie. Das bedeutet, die Kreativlinie nach außen zeigt uns als ehrlicher, authentischer Arbeitgeber, wie wir in der Salzburg AG agieren. Durch ein Video haben wir gezeigt, wie unsere Mitarbeiter arbeiten und wie das Teamgefüge in der Salzburg AG ist. Zusätzlich möchten wir noch weitere Maßnahmen umsetzen. Unter anderem möchten wir unsere internen Mitarbeiter, unsere Schlüsselkräfte stärken und motivieren, damit diese an das Unternehmen gebunden werden. Dies machen wir in Form eines Schlüsselkräfteprogramms. Darüber hinaus möchten wir im Recruiting uns auch weiterentwickeln. Wir möchten Active Sourcing, das bedeutet Direktansprache der Talente, auf den Arbeitsmarkt umsetzen, um beispielsweise ITler direkt ansprechen zu können. Darüber hinaus möchten wir aber auch neue Arbeitszeitmodelle, wie beispielsweise Homeoffice, für unsere Mitarbeiter anbieten. Kreativlinie ため Das ist AST